Ja, hallo. Gmx schreibt von Corona-Opfern. Corona-Opfern, ja. Das heißt, das Erste, was man sich klar machen muss, ist, die Journalisten von Gmx brauchen natürlich auch die Sensation. Ja, sie brauchen nicht die Harmlosigkeit, sondern die brauchen die Dramatik. Und schon die Journalisten haben also ein eigenes, kommerzielles Interesse daran, Sachen aufzubauschen. Von daher weiß man nicht, was wirklich Sache ist. Dann wird von Corona-Opfern geschrieben. Wer stellt denn diese Diagnose? Die Medizinindustrie selber. Das heißt, das ist wie, wenn der Waschmaschinenreparateur zu Ihnen kommt und der Fernsehsender hat vorher ihre Waschmaschine präpariert und es ist nur eine winzige Sicherung kaputt, die schnell ausgetauscht werden muss und dann wäre alles fertig. Aber der Waschmaschinenreparateur diagnostiziert Ihre Waschmaschine als schwer kaputt. Letztendlich, weil er nur so Umsatz machen kann. In dem Fall ist das bewusster Betrug. Ja, also der Waschmaschinenreparateur, der betrügt Sie einfach. Er ist der Fachmann. Er diagnostiziert Ihre Waschmaschine. Und anstatt Ihre Sicherung kurz auszutauschen, diagnostiziert er Sie als schwer kaputt, nimmt Sie mit und schickt Ihnen am Ende eine Rechnung von 500 Euro. Das ist Betrug. Das ist ganz normal im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft, denn wir kontrollieren ja sozusagen diesen Waschmaschinenverkäufer nicht über Ihre Wohlfühlstimme, Ihre Wohlfühlnotenwahlstimme und so weiter. Also das heißt, das was er tut, kann Sie ruinieren und kann Ihr Wohlfinden durch diese 500 Euro Rechnung schwer beschädigen. Das macht ihm ja nichts, weil Ihre Wohlfühlstimme für seinen Gewinn und seinen Profit durch seinen Betrug ja keine Rolle spielt. Ja, das heißt also, erst durch Ihre Wohlfühlstimme würde das aufhören, dass der Waschmaschinenreparateur Sie betrügt. Ja, aber bei der Medizin, da glauben wir, dass es nicht möglich sein könnte, dass die Diagnose falsch ist schon. Dabei auch ohne Betrugsabsichten. Wenn wir jetzt mal unterstellen, der Waschmaschinenreparateur, der betrügt Sie. Der weiß auch, dass er Sie betrügt. Ja, der zockt Sie einfach ab. Aber jetzt unterstellen wir mal, die Ärzte zocken Sie nicht ab. Ja, die sind vielleicht ethisch höher stehender, hoffentlich und so weiter und zocken Sie nicht ab. Aber was passiert trotzdem? Ja, schon vor 100.000, also wenn der Schamanismus, die Vorläufer des Ärztetums vielleicht schon 170.000 Jahre alt sind, dann haben wir hier einen der ersten Schamanen oder Vorläufer der Ärzte und er diagnostiziert so, wie es wirklich ist. Der sagt hier, ach, Sie haben von diesen modernen Händlern ungesunde Sachen gegessen, Sie müssen Ihren Lebensstil korrigieren, Sie müssen wieder Naturnahrung essen, das ist die eigentliche Ursache Ihres Krankseins und so weiter. Und Sie müssen einfach wieder zu Ihrem gesunden Lebensstil zurückkehren und sich nicht beeinflussen lassen von den modernen Lebensmittelhändlern. So, und diese Leute, dessen Kunden werden schnell gesund, brauchen ihn nie wieder, er verdient nicht viel, sein Laden, das Schamanismus wird nach ein paar Generationen geschlossen werden müssen, wegen mangelnder wirtschaftlicher Einträglichkeit. Und dieser hier, dieser Schamane, der hat sozusagen das Erfolgsrezept entdeckt, der irrt sich und glaubt an eine Unwahrheit. Menschen glauben allen möglichen Schwachsinn, so ist es nun mal. Und der glaubt halt an seine Irrtümer, nämlich, dass, ja, ihre Krankheit, die ist ganz schrecklich gefährlich und die ist ja, oh, oh, und, 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 ja, da stecken ganz allmächtige Viren und Bakterien dahinter und so weiter. Und, ach, jetzt können sie nur noch überleben, wenn wir sie in Quarantäne packen und, 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 wenn wir also jetzt riesiges Primorium machen und so weiter, ja. Und der Arzt, der das wirklich glaubt und das wirklich glaubt, der wird das größte Geschäft machen und wird, wird Dauerkunden haben, der wird dadurch Krankheitsursachen nicht behoben, wird die ungesunde Ernährung oder der insgesamt krankmachende Lebensstil nicht behoben wird und so weiter. Das wird, wird er also immer wieder, äh, wieder gefragt sein und immer wieder Geld verdienen können oder immer wieder Umsatz haben oder immer, immer wieder Tauschgeschenke bekommen und so weiter. und, äh, und kann daraus, daraus entsteht dann eine ganze Dynastie von Medizin, Professoren und Ausbildern in der Medizin und so weiter, ja. Also das heißt, äh, wir, äh, die Journalisten, selbst brauchen die Dramatik und glauben wieder bei der Aussage, äh, sozusagen, äh, bei dieser, dieser Aussage, äh, es gäbe Corona-Opfer, glauben Sie an die Diagnose derjenigen Berufsstände, die daran verdienen, dass sie so diagnostizieren und, ja, und dass sie so denken, ja, also das heißt, da macht man den Bock zum Gärtner, äh, jeder Krämer lobt seine Ware, wird nicht berücksichtigt und so weiter. Also alle, alle einfachen Regeln werden nicht berücksichtigt, dass man natürlich von Corona-Opfern nur schreiben dürfte, wenn es eine vom Medizinberuf und von den Medizingedankensystemen und von den Medizinurteilssystemen unabhängige Autopsieform gäbe, äh, wo wirklich Leute, die Autopsie durchführen würden, die nicht infiziert sind von der Denke der Medizinindustrie. Das wäre, äh, und wenn dann diese Autopsien, diese staatlichen, völlig neutralen Autopsien, äh, irgendwie zum Schluss kämen, dass, äh, von den vielen Vorerkrankungen, die die Menschen meistens haben, nur, äh, also eben die Corona die entscheidende Ursache sei, dann, äh, könnte man darüber nachdenken, das ernst zu nehmen, dann könnte man, äh, auch ernst nehmen, wenn es wirklich in einem Staat zuverlässige Staatsstatistiken gibt und jetzt wirklich hier quasi überall zum Beispiel Friedhofsplätze jetzt rasend schnell klappt, knapp würden, das würde wirklich auf eine tatsächlich erhöhte Sterberate verglichen mit den sonstigen Sterberaten hinweisen oder allein die Erfassung der, der toten Menschen sozusagen und wenn jetzt quasi, äh, diesen Winter, also sozusagen ein viel höherer Berg, äh, sich zum Beispiel in Italien abzeichnen würde, als, äh, im letzten Jahr und im vorletzten Jahr und im vorvorletzten Jahr, dann könnte man davon reden, dass hier wirklich irgendwas los ist, außer ein riesiger Medienhype und ein riesiges Medizingeschäft, ja, das sind die, die Dinge, die, äh, da eine Rolle spielen, ne, ja, also, dann, Sekunde, da ist der Stift, ja, also, von daher, immer noch vermisse ich, äh, einen Beweis, der einen naturwissenschaftlichen Bedenker überzeugen könnte, ja, so, Ja, und dann, äh, wird, deutet Gmx noch was an oder da verrät der Gmx-Journalist noch etwas, nämlich, dass die Leute schreckliche Einsamkeit in ihrer Quarantäne im Krankenhaus erleben würden, weil sie ja isoliert sind und so weiter, ja, und dann, äh, was ist denn mit der Todesursache Einsamkeit im Krankenhaus, in der Isolierstation, ja, äh, Was ist denn mit der, mit der Todesursache, dass die Diagnose tötet, ja, also, als Beispiel, es gibt doch auch Krebskranke, die kriegen nur allein die Diagnose, sie hätten Krebs und sind dann am nächsten Tag tot, weil sie seelisch das nicht verkraften, weil sie so einen Angstzustand kriegen, einen sogenannten Voodoo-Tod erleiden, also eine, äh, Krebsdiagnose, oh, du bist in höchster Lebensgefahr, Ja, löst innere Dauerpanik aus, kann bei manchen Menschen, die wirklich ganz stark daran glauben, äh, eine so große innere Panik auslösen, dass das, äh, zum Zusammenbruch des Immunsystems oder was auch immer führt und so weiter, ja, Also, äh, als gäbe es das nicht, ja, also, als hätte es den Voodoo-Tod nie gegeben, ne, ja, also, von daher, äh, wie gesagt, ich warte darauf, Darauf, ob es irgendwann einen, für Naturwissenschaftler durchaus akzeptablen Beweis geben könnte, dass das Ganze nicht alles nur Geschäft ist, wie bei der Schweinegrippe, ein Geschäft, ein Geschäft für Journalisten, für Dramatik, liebende Journalisten und brauchende Journalisten und für, äh, 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 Panik und, äh, und, äh, ja, für, für, für eine gut verdienende Medizinindustrie ist, ja, also, das ist die Frage. So, dann bitten wir uns doch mal jetzt, äh, dem, wieder, ich hab wieder mal ein bisschen Zeit gehabt, reinzuhören bei Christian Fellbers, Gemeinwohlökonomie bei Thilo Jung, und da wurde nochmal deutlich, auf was für einen Start, äh, seine Gemeinwohlökonomie im Gegensatz zu dem Gemeinwohlökonomie-Konzepten der zweiten Scientist for Future, das hinauslaufen würde, also während die zweiten Scientist for Future, also das alles, äh, ganz einfach machen würden, durch, äh, die, äh, Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, das können wir jetzt auch, ja, ne, brauche ich jetzt nicht dazu zu hören, also die Kombination aus meiner Wohlfühlnotenwahlstimme und meinen Gesundheitsdaten, äh, äh, lenkt die gesamte Wirtschaft, niemand kann mir ein, äh, Geld verdienen, wenn er nicht, äh, alles aktiv dafür tut, mein Wohlbefinden, mein Wohlfühlen und meine Gesundheit, äh, so zu verbessern, dass ich, äh, definitiv, äh, meine Wohlfühlnote demnächst besser abgebe und, äh, das wird in Beziehung gesetzt zu den Verdienstzuschlägen, die diese, mein Hausarzt bekommt, mein Supermarkt, äh, äh, Geschäftsführer und so weiter, äh, der jeweilige Supermarktleiter und so weiter, also, also Verdienstzuschläge gibt es überall, nur noch, äh, für bewiesenermaßen das Verbessern, äh, meines Wohlbefindens und bei Felber, was, worauf läuft es da hinaus, auf solche Zustände, ja, wir haben überall, wir haben Kontrolleure überall, wir haben Lebensmittelkontrolleure und trotzdem tanzen die Schaben, die Küchenschaben in den Restaurants, äh, fröhliche Urst, machen die, haben die fröhliche Urstände oder trotz aller, aller Gewerbeaufsichtsämter und Restaurantüberwachung und so weiter, äh, haben wir überall Missstände ohne Ende und so weiter, ja, und im Prinzip würde uns Felber jetzt diesen, diesen, diesen Unsinn des Kontrollierens, also nochmal, was ist der Unterschied zwischen kontrollieren, also hinterher kontrollieren und vorab, äh, äh, motivieren, ja, die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten bedeuten, dass der Restaurantbesitzer weiß, wenn ich auch nur irgendjemanden wegen Hygiene, Hygienemangel, Mängeln irgendwie, wenn irgendjemand drei Tage nach meinem Restaurantbesuch, wo er es nicht mehr zuordnen kann, woher das kommt, aber ganz egal, woher es kommt, wenn es trotzdem, wenn es trotzdem mein Restaurant war, mit irgendwelchen nicht ganz hygienischen Lebensmitteln und er gibt, äh, meldet dem Bundeswahlleiter per App sozusagen eine verschlechterte Wohlfühlstimme und, äh, muss vielleicht sogar im Krankenhaus operiert oder behandelt werden und, äh, dadurch in, äh, sind auch die Gesundheitsdaten verschlechtert, dann wird das automatisch von dem Bundeswahlleiter mit der, über die, äh, Krankenversicherungseinkaufskarte sozusagen und, äh, die, 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 den damit bezahlten Restaurantbesuch bei mir, wird das direkt auch meinem Restaurant zugeordnet, weil ich einer der Punkte war, dem dieser Mensch, äh, sozusagen vorher begegnet ist, sozusagen, wo er Lebensmittel gekauft hat, sozusagen, das wird natürlich auch, äh, die verschlechterte Wohlfühlnote wird natürlich auch irgendwo den, seinen, äh, seinem Supermarkt zugerechnet, sozusagen, äh, aber wenn dann sich das statistisch häuft, dass also sozusagen typischerweise Leute, äh, die in verschiedensten Supermärkten gekauft haben, aber alle in meinem Restaurant drin waren, da wird dann die Statistik sozusagen, wird also, äh, rund um mein Restaurant eine, eine Zunahme von absinkenden, äh, verschlechterten, sich verschlechternden Wohlfühlnoten feststellen und, äh, und, äh, von verschlechternden Gesundheitsdaten und dann, dann, äh, wird sozusagen mein Verdienstzuschlag so reduziert, dass ich nicht mehr konkurrenzfähig bin auf dem Markt, ja, und das weiß der Lebensmittel, äh, äh, der, der Restaurantleiter weiß das vom, bevor er anfängt zu arbeiten, weiß er das schon, ja, während hier, da weiß er, ja, da kommt so alle paar, paar Jahrzehnte kommt da mal irgend so ein Kontrolleur und da verhängt dann mal ein Bußgeld von 100 Euro, weil es, weil es bei mir so aussieht, ja, das zahle ich aus der Portokasse und dann schwamm drüber, dann kommt er die nächsten 20 Jahre wieder nicht mehr und so weiter, ja, also das, das, äh, da, oder, da, da, da wird mal schnell geputzt und, äh, nach ein paar Monaten, paar Wochen geht es dann wieder weiter mit der Schlamperei und mit dem Unhygienischen, ne, so, und genau das will Christian Fellber bei seiner Gemeinwohlökonomie, äh, für den ganzen Staat herstellen, also die, äh, äh, die zukünftigen Wirtschaftsprüfer können dann genauso korrumpiert sein wie Ratingagenturen oder wie anderes. Wo ist da eine Unbestechlichkeit? Wenn ich dann tausende von Wirtschaftsprüfern als Kontrolleure habe, die die Gemeinwohlbilanz haben und die überall einen Ermessensspielraum haben, wie sie die Situation einschätzen und so weiter, da habe ich wieder eine Armee, eine wachsende Armee von, wir brauchen dann sicherlich viel mehr als die jetzigen Wirtschaftsprüfer, eine riesige Armee an, an, äh, Kontrolleuren, die quasi die, die, das, das Gemeinwohlaspekte überwachen, ja, äh, das, äh, äh, kommt dann die gleiche Schlamperei wie beim, äh, beim Gewerbeaufsichtsamt, bei den Lebensmittelkontrollieren und so weiter, ja, äh, äh, wieder eine Armee von Kontrolleuren, ja, und trotzdem gibt es dann im Supermarkt die Lebensmittel, das Gammelfleisch, die Lebensmittelskandale, das Gammelfleisch, ja, welche Armee an Kontrolleuren überwacht das tatsächliche Handeln des Unternehmens, das zum Beispiel Wild Giftmüll entsorgt, ja, bei den zweiten Scientists for Future 2, mit ihrer, äh, Wohlfühlnote, äh, Wohlfühlstimme und, und, äh, den Gesundheitsdaten, wenn jetzt also zum Beispiel eine Firma, äh, 100 Kilometer weiter, äh, sozusagen illegal ihren Giftmüll verklappt, ja, und wenn dann irgendwelche, äh, äh, spielenden Kinder oder so, äh, da vergiftet werden und die Mutter gibt zum Beispiel für ein zehnjähriges Kind ja eine, äh, Wohlfühl, Wohlfühlstimme ab, die kombiniert ist mit dem Kindeswohl und das Kind ist irgendwie rätselhaft krammt, dann gibt es sie natürlich schlagartig, meldet sie per App dem Bundeswahlleiter einen verschlechterten Gesundheitszustand, äh, also eine schlechtere Wohlfühlnote und wenn das Kind dann noch, wenn es dann, also für die Mutter und das Kind, also für die Familie schlechtere Gesundheitsdaten gibt, äh, bei den Krankenkassen sozusagen, dann, äh, und dann wird eben das auch wieder in den, durch die statistische Auswertung wird das ja auch bezogen auf die, auch unter anderem bezogen auf die 100 Kilometer entfernte Firma und natürlich aber auch auf die Firmen, die in der Nähe sind. Dadurch haben die Firmen in der Nähe natürlich auch ein Interesse zu gucken, was so in ihrem, so die Augen aufzuhalten und zu gucken, ob da jemand illegal, äh, Giftmüll verklappt in ihrer Nähe, denn das fällt ja auch ein bisschen auf sie zurück, so hat dann natürlich jeder ein Auge auch, jedes Unternehmen ein Auge auch äh, äh, darauf, dass andere Unternehmen da keine Schweinereien machen, ja, und, äh, ja, also von daher, aber letztendlich verliert durch dieses illegale Verklappen von Giftmüll, verliert durch die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten als Kriterium, verlieht diese Firma tatsächlich, äh, auch richtig Geld und wahrscheinlich verliert sie mehr Geld, als sie einspart durch das illegale Verklappen von Giftmüll. Zumindestens, wenn das das Unternehmen dann rechnet, naja, die Gefängnisstrafe, die ich kriegen könnte, plus jetzt der finanzielle Verlust, weil das, was 100 Kilometer weiter ist, immer noch auch, auch, auch mir zugerechnet wird mit den, äh, den Umkreis, äh, Berechnungen sozusagen, äh, dann, äh, sozusagen, äh, und letztendlich, äh, sozusagen auch die anderen Firmen, die dann 100 Kilometer weiter ansässig sind, sind, sind stinksauer auf meine Firma und diese Gesamtüberlegung bringt vielleicht den Unternehmer davon ab, keinerlei Giftmüll mehr illegal zu entsorgen. Aber wie will das bei der Gemeinwohlökonomie kontrolliert werden? Wer, wie viele Millionen Kontrolleure brauchen wir dann bitte schön, äh, um, um diesen Giftmüll, dieses illegale Giftmüll verklappen zu, äh, zu kontrollieren, ja, äh, ja, hinterher zu kontrollieren und alles zu überwachen, ja, welchen Überwachungsstaat brauchen wir, um dieses Gemeinwohl, äh, wirklich, äh, äh, sozusagen, äh, äh, sozusagen, ja, das, das Einzige, was natürlich die Wohlfühlstimme auch nicht verhindern kann, aber das kann, das ist ganz schwer zu verhindern, man müssen die anderen Länder gucken, wie sie das machen, aber zum Beispiel, wenn dieser Unternehmer seinen Giftmüll ins Ausland oder ins außereuropäische Ausland verklappt, da wird es natürlich schwierig, denn da müssen dann die anderen Länder sich wehren und ihre Grenzen schützen und so weiter, ja. Aber, äh, innerhalb Deutschlands oder Europas, je nachdem, wo die Wohlfühlstimme regieren würde, äh, würde es also schon sehr, äh, ein, ein sich selbst kontrollierendes System sein und ich brauche keine Millionen Kontrolleure, die dahinter in der Nähe kontrollieren, sondern ich brauche nur ein, ein gut ausgebautes statistisches Bundes- und Wahlamt Wiesbaden und vielleicht noch einige gut ausgebaute statistische Landesämter, in denen die besten statistischen Wissenschaftler der Erde angestellt sind und arbeiten und zusammen dann mit den besten Kriminalbeamten Deutschlands sozusagen eine wirklich verlässliche Statistik machen, übrigens verlässliche Statistiken, wie ich sie eben ja bei Corona vermisse, ne. Und, äh, wobei ich dem jetzigen Statistischen Bundes- und Wahlamt, äh, 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 tatsächlich zutrauen würde, uns mit sauberen Daten zu versorgen, aber wir müssten eigentlich, müssten die Vorgänge, die jetzt gerade in Italien angeblich stattfinden, also diese Flut von angeblichen Corona-Opfern, da müsste mir jetzt, äh, wenn das in Deutschland wäre, könnte ich mich halbwegs darauf, äh, verständigen, mich darauf zu verlassen, dass das Statistische Bundesamt Wiesbaden mir jetzt nun tatsächlich sagen würde, ist denn die Gesamtzahl der sterbenden Menschen in Deutschland jetzt deutlich erhöht oder nicht deutlich erhöht? Ja, aber jetzt kann sich natürlich Deutschland rausreden damit, ja, wir haben ja die dramatischen Verhältnisse von Italien nicht und in Italien funktioniert vielleicht deren Statistisches Bundesamt nicht korruptionsfrei und nicht unbestechlich und nicht ohne Einfluss der Medizinindustrie vielleicht, äh, ja, denn, denn was mich interessiert ist, ob wirklich in Italien jetzt tatsächlich mehr gestorben wird und dabei interessiert mich noch die andere Frage, wie weit hat die Hysterie, also angeblich sind ja auch Ärzte gestorben und Priester gestorben und Krankenschwestern gestorben, wie weit beeinflusst diese ganze Hysterie, diese ganze Arbeitsüberlastung, diese ganze Panik auch in den Berufsständen der Ärzte und der Krankenhausärzte und des Krankenhauspersonals, wie weit beeinflusst diese ganze Hektik, diese Panik und so weiter? Natürlich auch die Sterberate der Ärzte, bei den Ärzten und Krankenschwestern, ganz unabhängig von Corona, na, ja, wenn sie Stress und Hektik haben, dann können sie einfach auch ganz viele, äh, Herztote haben, ja, und wer diagnostiziert dann, äh, wenn dann, äh, auch der Corona-Test positiv ist, wer untersucht und obduziert dann noch, ob dann Herzinfarkt noch mit eine Rolle gespielt hat oder so, ja, das macht ja alles niemand wahrscheinlich, ja, also, also bei der Gemeinwohlbilanz macht derjenige wieder maximalen Gewinn, der den Wirtschaftsprüfer austrickst, so wie hier, ja, also den größten Gewinn macht einfach der, der die Kontrolleure austrickst, ja, und, äh, sozusagen, und dessen, bei dem, äh, auch bei der Gemeinwohlbilanz wird immer noch der den größten Profit machen, bei dem sozusagen die Leute, nachdem sie im Restaurant waren und sie kriegen dann zwei Tage später eine Lebensmittelvergiftung, aber niemand kann das mehr zuordnen, ob das in dem Restaurant war oder nicht oder ob es das aus dem Supermarkt stammt oder wo das herstammt, bei all dem Gammelfleisch, was wir auch schon in Supermärkten hätten und so weiter, ja, ich erinnere mich zum Beispiel, äh, an Fernsehsendungen, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die ganz klar gezeigt haben, dass also, wenn, wenn den Leuten Gammelfleisch angeboten wurde, den Restaurantleitern, dann haben die das bereitwillig aufgekauft, weil es einfach billiger ist und wenn es dann gebraten ist, das Gammelfleisch und die Leute erst zwei, drei Tage später vielleicht dann Symptome bekommen, was interessiert den Restaurantbetreiber, dass er hat mehr verdient und wie will jetzt der Felber das mit seiner Gemeinwohlökonomie, wo will er sozusagen neben jedes Kleinunternehmen, neben jedes Restaurant einen Kontrolleur stellen, der die tatsächliche Einhaltung der gemeinwohlorientierten Restaurantpraxis sozusagen überwachen will, da werden wir alle verrückt, ja, das heißt also generell empfehlen die zweiten Scientists for Future 2 nicht hinter den Dingen her zu kontrollieren, sondern von vornherein eine Vorabmotivation über das Damoklesschwert, der Wohlfühlstimme und der Gesundheitsdaten also sozusagen über jedem Restaurantbetreiber hängt, der schon bevor er aufmacht, weiß er, dass das Damoklesschwert über ihm hängt, wenn die Menschen, wenn statistisch häufiger Menschen an Unwohlsein irgendwann ein paar Tage nach seinem Restaurantsbesuch leiden, dann wird das statistisch ihm auch zugeordnet werden und seine Einnahmen werden deutlich geringer sein als die anderen Restaurants und er wird geringere Verdienstzuschläge kriegen und dann kann er im Prinzip im Wettbewerb schon gar nicht mehr überstehen und dann wird er im Wettbewerb aussterben, denn also sozusagen hier, er wird geringe Verdienstzuschläge kriegen, die anderen Restaurants kriegen große Verdienstzuschläge, die können ihn auskonkurrieren, er wird sein Unternehmen, sein Restaurant schließen müssen und die anderen können viele Kinder ernähren und daraus entsteht eine Restaurant-Desastie und zwar von solchen, die hygienisch arbeiten und die nur absolut gesunde Lebensmittel ihren Kunden präsentieren, naturnah und naturbelassene Produkte auch mit gesunden, rohen Salaten und Gemüsen und herrlichen reifen Früchten und so weiter. Ja, also auch da hat die sozusagen durch die Wohlfühlstimme haben dann auch die Restaurantbetreiber ständig von vornherein, gleich wissen sie, nur wenn ich meine Kunden schütze vor irgendwelchen hygienischen Problemen im Essen oder auch sonst im Restaurant und nur wenn ich die Kunden schütze sozusagen vor ungesunden, krankmachenden Lebensmitteln, langfristig krankmachenden, dann werde ich gut verdienen und das weiß der Restaurantbetreiber, bevor er aufmacht, während bei der Gemeinwohlökonomie ist das übliche Spiel, da kommt alle paar Jahre so ein Gemeinwohlwirtschaftsprüfer und so weiter und den trickst man mal schnell aus und dann hat sich's. Also das Ganze ist eine Fehlgeburt von Christian Felber mit seiner Gemeinwohlökonomie, was ich jetzt zum hundertsten Mal an einem neuen Aspekt nochmal aufgezeigt habe. Also die Gemeinwohlökonomie kann nur funktionieren, wenn sie mit den zweiten Scientist for Future 2 zusammengeht und sich ihr alle ihre Fehler rausbürsten lässt von denen, die es halt wirklich können, von den echten Profis, von den zweiten Scientist for Future 2. Alles klar. Tschüssi.